Versucht mal einen Tag, meinen Lifestyle nur zu halten. Dann sage ich ja, komm doch her. Wir verdienen Erdnüsse in der Stunde. Ja, gibt ja schon Lieblingsrestaurants. Doch okay. Spannend rüber in meine Wohnung. Let's go. Das ist bestimmt so ein Müsli-Riegel. Die kleinen Streamer, die wohnen in einem Kinderzimmer. Die sind da in einem Kinderzimmer, haben da ein paar LED-Streifen aufgebaut und fühlen sich wie die allerkrassesten. Verstafft keiner. Let's go. So Freunde, natürlich frage ich die Hasen, was für ein Baberwagen fährt. Ja, ja. Zeig mal den Baberwagen hier. Zeig mir mal. Aber die Farbe ist wirklich bodenlos, Digga. Also weiß ich nicht, was du da gemacht hast. G-Klasse auch. Großer Fan. Finde ich schön. G-Waggon, schönes Auto. Eine meiner Favorite-Autos. Schönes Auto. Aber blau ist halt schon echt. Schönen. Vielleicht gab es ja bei der Autovermietung halt keinen weißen. Lecker. Ich mach nur Spaß, Leute. Ich wollte ein bisschen Spaß machen. G63 am G-Bravo-Umbau natürlich hier. Echtes Carbon, wie man es kippt. Wolle Spaß, ey. Alles Gute. Eine G-Klasse. 2016. Top-Höhn mit Sternenhimmel. 440.000 DIN-Haben. Hör mal mit, nehm, Freunde. Komm mal mit. Wir drehen jetzt hier ein paar rum, Freunde. Das Guder am Dubai ist. Hier habt ihr überall Wallis. Da gibt ihr schön den Wagen ab. Ganz entspannt. Das Guder am Dubai ist. Vielen Dank.